Oh, seht, ich hab was gefunden. Was ist es diesmal? Nichts Nutz. Guten Morgen, Brüder. Von wegen guten Morgen. Wir arbeiten bereits seit Sonnenaufgaben. Arbeit ist nicht alles im Leben. Gehen wir auf die Art. Kann ich mitkommen? Nein! Ich will nicht heiraten! Und als König befehle ich dir, du heiratest Prinz Frederik! Christus! Der König hat versprochen, wer die Prinzessin findet, bekommt sie und das halbe Königreich. Wie geben Sie einfach einem Dahergelaufenen? Die Prinzessin soll meine Gemahlin werden. Ihr müsst die Prinzessin finden. Ich muss die Prinzessin retten. Vergiss es! Viel zu gefährlich. Der Bergkönig hat sie geholt. Den gibt's doch nur im Märchen. In jedem Märchen steckt ihr mein Fünkchen wahr. Der Troll ist erwacht. Das ist ein Mythos, das weißt du. Sag mir gefälligst, wo sie ist! Nein. Für die Prinzessin sind wir nicht verantwortlich. Glaubst du wirklich, sie würde dich heiraten? Noch was, das ich wissen sollte? Gibt's auch Reinhörner? Geht's nicht. Und warum gibt's dann Trolle? Das ist doch absurd. Ein Pferd mit einem Horn auf dem Kopf.